Da sind wir wieder bei Banjo-Tooie und wir haben im letzten Part den Spiral Mountain ein bisschen näher erkundet und sind jetzt auf der Suche nach der fünften Welt, sind dann am Hex-Hex-Land vorbeigegangen und dann mit dem Move von Kazooie sind wir durch dieses Wasserloch geschwommen und sind jetzt im anderen Bora-Tunnel und wir hören jetzt das Trampeln oder das Boxen von einem Bekannten, eines Bekannten. Klungo, der sieht Diener mit Rache gelüsten. Er sieht sehr verklopft aus. Und nein, nicht du schon wieder. Oh, oh, oh. Herren hat gefragt, Klungo muss stoppen euch von noch mehr Pflege. Von uns gibt es auch Schläge. Nein, Klungo gewinnt die Fistmal. Einen neuen Trank dabei. Er hat den Roten. Das ist der Einfachste. Ah, Klungo wird verquetsen. Er hat jedes Mal einen anderen Trank und ist immer pro Spiel unterschiedlich, wann er sie einsetzt. In dem Fall ist es der Trank, der am einfachsten ist. Der würde eigentlich am Anfang des Spiels kommen. Aber wir hatten ja am Anfang des Spiels den Verdoppelungstrank. Dafür weiß ich aber, was der letzte jetzt ist. Und das war's auch schon. Jetzt weiß ich nicht, von welcher Seite wir gekommen sind. Ich glaube, wir müssen dort lang, wo Klungo flieht, hinflieht. Wer am Vogel, haben armen Klungo wieder verklopft. Das kann nicht gut für deine Gesundheit sein. Mach doch Urlaub. Nein, Herren, braucht mich. Klungo holt sich mehr Pflege ab. Dann arbeitet an neuem Trank. Achso, wir müssen in die Richtung, wo kein Wasser ist. Die Elf des Spiels haben wir durch, ne? Im Ödland. Genau hier. Ist, äh, die Welt. Hier sind Eier und da schon der nächste Move. Den holen wir uns direkt ab. Und ich weiß, was es sind. Zeitbombeneier. Das ultimative Ei. Du jetzt kriegst geschenkt. Eine tickende Bombe und auch noch fern gelenkt. Normalerweise hätten wir 10, aber wir haben 20. Das ist dann alles. Weggetreten. Normalerweise könnten wir jetzt, ähm, zu Johnny Rogers Lagune zurückgehen, aber das brauchen wir nicht. Ah, hier sind nochmal 10 Noten. Das ist sehr schön. Und da oben sind zwei Gingos. Einer davon ist Fake. Ich glaube, die Braunahme fertig. Deswegen würde ich den linken nehmen. Ähm, dieser Minjo, ne? Ach, lass den doch. Mann. So, hier ist der nächste Teleporter. So, und ich stelle mich hier mal jetzt auf den Stein. Da geht es weiter. Ne, da oben geht es weiter. Wir kamen von dort. Dort oben geht es weiter. Und das ist die fünfte Welt. Das ist die nächste Welt. Hier ist, äh, das ist so ein, ähm, so ein Dinosaurier. Ich weiß, hab vergessen, welche Art das war. Früher als Kind konnte ich die. Weil ich mich sehr für Dinosaurier interessiert habe. Aber ich möchte kurz mal hier. Und hier ist die letzte Welt. Schön, dass wir die letzte Welt gefunden haben. Aber wir müssen leider erstmal in die Welt. Also, hier ist die fünfte Welt, da ist die letzte Welt. Und da oben ist dann die vorletzte Welt. Und wir gehen jetzt mal in ins Dinosaurierland. Wie heißt denn diese Welt? Ich glaube, ich weiß das. Teridaktylosland. Meine Lieblingswelt. Auch ein bisschen sehr unübersichtlich, aber es ist ein Kreis und deswegen ist es doch nicht so schwer. Das ist schon mal ein Jinjo. Der Rote. Ich muss sich nur überlegen, wie ich der... Ich glaube, wir müssen fliegen wahrscheinlich. Jetzt muss ich überlegen, was tut mir zuerst? Ja gut. Ich würde sogar sagen, wir müssen nach ganz oben auf den Berg hinauf. ein Dinosaurierland. Seid ihr nicht schon längst ausgestorben? Mann, Mann, Mann. Äh, na toll. Gehen wir einfach rein. Wir rennen einfach drauf los in diese Welt. im Berg. Ein paar Wege. Schön, dass der Berg hohl ist. Jetzt kommen wir ein bisschen weiter oben raus, aber wir wollen ja eh den Berg hochklettern. Dann ist das vielleicht gar nicht mehr so ein schlechter Weg. Ach du, Hallöchen. Gott sei Dank haben wir die neuen Eier. durch Betätigen des 3D-Joysticks steuerst du die Bombe und lässt sie durch Drücken von B detonieren. Iiiiih. Zieht ihr mal hinten was an? Hauptsache eine fette Rüstung haben. Ah, nicht fair. Finden Loch in Rüstung. Andere nicht so einfach immer. noch vier von uns sind übrig. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Das ist einfach nur der Typ. Dann den Jinjos müssen wir ran. Da unten sind Noten. Da ist Mumbo. Da weiß ich, was es ist. Da ist ein Loch. Vielleicht habt ihr diesen, äh, diesen Steinzeitmenschen wiedererkannt. den, so einen haben wir nämlich schon mal getroffen, als wir jemanden, ähm, ich will hier runter mit Z war das. Ich möchte ein, so ein Ei. Gut, dann gehen wir, gehen wir wieder runter. Und dann haben wir hier schon mal die Noten. Aha, da ist so ein, so ein Ding. Und da oben ist ein versteinertes Ei. mit den, ich glaube, wir kamen auch nur mit, oder mit, mit dem Fliegen da ran. Ein bisschen tiefer ziehen, okay. Ah, es ist knapp vorbei. Noch ein bisschen höher. So ungefähr. Das war's schon. Gut, da unten ist ein Jinjo drin. Ähm, wie bekommen wir das denn auf? Mit Kazooie. Ich habe das Gefühl, hier haben sich die Entwickler auch am meisten Mühe gegeben. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so, das so im Gefühl. Das ist schon unser zweiter Jinjo. Ich habe das Gefühl, das Spiel bleibt gleich stehen, so wie es ruckelt. So, da oben ist ein Ei. Das können wir allerdings nicht nicht ausbrüten. das müssen wir dann in Ruhe lassen. Ähm, da können wir wieder in den Berg rein. Da ist sowas. Ja, wir können schon mal den... Ich glaube, Mumbo würde die Plattform da erweitern, aber ich glaube, wir lassen Mumbo erstmal zufrieden. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Berg erstmal. Ich weiß leider nicht, was Mumbo hier für eine Verzauberung hatte. Ich glaube, er war... Ne, er war nicht ein Heiler, der Heiler war... War denn das? Der Heiler war... der Heiler war... auf der Overworld. So, jetzt sind wir hier unten im inneren Berg und hier sind Trennplatten. Trennplatten... Wozu waren die? Ich glaube, hier können wir doch nicht viel ausrichten. Dann müssen wir hier um... Äh... Einmal hier rüber. Da ist ein Felsen, daran kommen wir ja. Den können wir dann schon mal kaputt machen. Und da drin einen Notenschlüssel. Okay. Da oben ist... Humba mit H. Wir brauchen noch Moves. Das ist der Zugschalter. Und da schon wieder ein blauer Jinjo. Das war ein Minjo. Das ist noch so ein Steinzeintyp. So, den Bahnhof haben wir. Den brauchen wir auch. So, rumba möchte ich noch nicht. Das können wir nicht, weil dafür sind wir zu schwach. Und den kleinen... Das kleine Kerlchen... Können wir... Kriegen wir anders. Auch diese Fossilien in der Wand, obwohl die hier anscheinend noch gar nicht ausgestorben sind. Sind wir denn schon einmal im Kreis? Nee. Wird immer verwirrender. Das ist wieder so ein Typ und ein Jinjo. Okay, dann machen wir das hier halt. Das, äh, hat nichts Besonderes. Das ist ein kleines Labyrinth nur. Da müssen wir halt schnell sein. Ich gehe mir erst mal hier rein. Ich sollte mir merken, wo ich überall reingehe. Ah, hier ist der Typ. Okay. Wo ist der Hintern? Gut, den haben wir. Ah, alles von voll daneben gegangen. Aber immer noch drei von uns übrig. Gut. Dann wollen wir noch den Jinjo finden. Der ist nicht ein links. Von uns dann gehen wir mal zwei von uns von dort nach links. äh, geht, hallo? Achso, okay. Ein paar Eier. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Komm. Ah, nicht da runter. Ah, von da kommen wir. Okay, gut. dann müssen wir nach, ähm, jetzt rechts. Nein, wir können leider nicht in die Ego-Perspektive schauen. mein Hals kratzt gerade so. Was? Jinjo, wo bist du? Ähm, geben wir halt hier rein. Jinjo, möchte ich gerne noch finden, bevor ich den Part beende. Okay. Da war ein Loch. Das ist der Eingang von dem. Das ist der zweite Gelbe. Gut, okay. Dann würde ich sagen, beende ich den Part hier und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann. Das wird das Amt. tschüss. 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 Vielen Dank.